Hallo, wir begrüßen euch zum dritten AOK Plus Sofa-Duell. Heute mit unseren beiden Gewinnern Tim und Dennis, die sich versuchen gegen Lukas zu beweisen. Ich bin Tim Gansauge, bin 16 Jahre alt, bin natürlich Dynamo-Fan und heute zeigen wir mal dem Lukas, was Fußballspielen oder FIFA-Spielen bedeutet. Ja, ich bin Dennis Natto, ich bin 15 Jahre alt und bin absoluter Dynamo-Fan. Lukas? Ich spiele mit Dynamo Dresden. Okay Jungs, dann habt ihr Liverpool. Viel Erfolg und viel Spaß beim Zuschauen. Heute erwartet uns das Spiel Dynamo Dresden gegen Liverpool. Hey Jake, mach ich den Tor? Was fandest du dein schönstes Erlebnis im Stadion? Naja, wir waren beim Public Viewing, als Dynamo damals aus der dritten Liga aufgestiegen ist. Also quasi nicht mein 1 zu 0 gegen Duisburg. Ja, habe ich auch gesehen im Stadion, aber naja. Naja. Hast dir ein bisschen viel Zeit gelassen. Sie kommen über den Flügel. Das ist ein guter Ball. Gute Chance. Quer. Quer. Und jetzt der Schuss. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Zur Pause steht es 1 zu 0, ein knapper Vorsprung. Gott sei denn, jetzt musst du es reißen. Eine gute Zwitter. Danke wünsche dir auch. Was machst du so in der Freizeit? Zockst du? Ja, ich habe auch ziemlich viel gezockt. Immer oben ganz kurz. So, Ecke kommt. Lukas Röser. Oioioi, da ist er ja sogar. Da ist er ja sogar. Ist ja Wahnsinn. Und sonst, ich treffe mich gerne mit Freunden. So das Übliche denke ich mal. Ja. Was ihr so auch macht. Jawoll. Abseits. Gut verteidigt. Gut verteidigt. Gut verteidigt. Ja, die schmeißen sich nicht alles rein. Oh. Fangen wir zu viel. Schade. Gut gespielt. Sehr gut. So, jetzt nach einem spannenden Spiel. 2 zu 2 geht es in die Verlängerung. Jan, Junge. Was machst du? Gehst du die Linie entlang? Jawoll. Halbzeit. Jetzt falls da hat man. Spezialwaffe aus Österreich da außen. Komm, Junge. Nimm dir den Ball. Auch mal schießen, Junge. Hast du einen guten Schuss? Oh. Oh. Fein gemacht. Ja. Ja. Elf mehr schießen kann man nicht machen. Lass mich ein Tor schießen. James Milner. Henderson. Was für ein Tor. Yes. Gute Belegung. Ja. Jetzt schon wieder ein Foul. Schwache Aktion. Ball verloren. Liverpool setzt sich durch. Holt sich am Ende den Sieg. Gute Spiel. Verdient gewonnen. Ja, nach dem Endergebnis. 3 zu 2 in der Verlängerung leider verloren. Da muss ich mich leider geschlagen geben gegen euch zwei. Das habt ihr gut gemacht. Ich hatte es als Trostpreis mitgebracht für euch. Aber habt ihr euch wirklich verdient heute nach eurer Leistung. Gibt es ein Trikot von mir. Kann ich euch gerne noch unterschreiben quasi. Und ein paar Autokammkarten habe ich auch noch dabei. War schön mit euch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und es geht immer weiter. Und es geht immer weiter.